Giften gegen Damaskus. Keine Beweise, aber rabiate Forderungen. Rufe nach Angriff auf Syrien werden lauter. Syriens Regierung hat Vorwürfe der Aufständischen, im Krieg gegen sie Chemiewaffen einzusetzen, erneut vehement zurückgewiesen. Ein Giftgasangriff während der Anwesenheit von UN-Inspektoren im Land wäre politischer Selbstmord, sagte ein ranghoher Vertreter der syrischen Sicherheitskräfte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Freie Syrische Armee, FSA, Gegner von Präsident Bashar al-Assad, beschuldigt die Regierungstruppen, am Mittwoch bei einem Großangriff nahe Damaskus Chemiewaffen eingesetzt und ein Massaker mit nach unterschiedlichen Angaben 500 bis 1300 Toten verübt zu haben. Die Abwegigkeit einer solchen Attacke, nur wenige Tage nach der Ankunft einer Delegation von UN-Chemiewaffenexperten in der syrischen Hauptstadt, hielt westliche islamistische und israelische Politiker am gestrigen Donnerstag nicht von verbalen Angriffsvorbereitungen gegen Damaskus ab. Es wurden chemische Waffen benutzt und dies natürlich nicht zum ersten Mal, wusste Israels Minister für strategische Angelegenheiten Yuval Steinitz mit Verweis auf angebliche Geheimdienstinformationen zu berichten. Der türkische Außenminister Ahmet Davatoglu kritisierte nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Guido Westerwelle FDP in Berlin das Zögern des UN-Sicherheitsrates, einen entschiedenen Beschluss zu fassen. Er forderte, dass die internationale Staatengemeinschaft in dieser Situation, wo die rote Linie schon längst überschritten ist, so bald wie möglich einschreitet. Sein Berliner Pendant mahnte zwar noch, bevor man über Konsequenzen rede, müsse eine wirkliche Aufklärung ermöglicht werden, sprach gleichzeitig aber bereits von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wer die begangen hat, sollen nun die Chemiewaffenexperten herausfinden. Die syrische Führung habe den UN-Inspektoren logistische Hilfe sowie Zugang zu sichergestellten Proben zugesagt, sagte der russische Außenamtssprecher Alexander Lukasiewicz am Donnerstag in Moskau.